ja halli und hallöchen meine lieben freunde und damit darf euch heute noch eine folge von let's play super smash press you begrüßen nachdem wir die du mission jetzt auch abgeschlossen haben gibt es heute den ersten online part gegen den lieben heavy das ist jetzt ein stichwort dich vorzustellen wir nehmen skype auf ja ich weiß nicht ob ihr den noch kennt mit dem haben wir habe ich ja früher hin und wieder minecraft gezockt er war zum beispiel im folge hunderte waren solche sachen und da hat sich heute smashcode als erst noch nicht so gut ich bin ja schon eine weile und mja deshalb fangen wir mal an ich weiß noch nicht welchen charakter ich nehmen soll ach patrick was redest du ich spiele seit fünf jahren auf turnieren und seit fünf jahren spielst du super smash you ne seit fünf jahren ja du hast fünf jahren formuliert bekommen hashtag weißt du ich hab so einen geheimen account mit fünf milliarden abonnenten und ich krieg immer die previews hier fünf jahre vor release fünf jahre vor release also ich habe die power der fünf ach gottchen nach gottchen übrigens das video wird relativ früh aufgenommen wir haben den du bist du das noch nicht mal anhören vor dich erig und ich zu der zeit wo wir das aufnehmen wir haben heute den 9 januar wahrscheinlich kommt das video im februar oder so aus aus video kommt bin ich gut außer ich habe natürlich zwischendurch irgendwie mal keine duo parts weil eric keinen bock hat er aufzunehmen dann kann es sein dass es vielleicht sogar schon ach ich soll vielleicht mal auf beginn klicken ich muss das mikro ein bisschen ist seine map ich schon wieder den kleinen misskerl ja ich hab joshi vorher schon gespielt so der erste online one on one part ihr könnt ja mal schreiben wie wenn ihr mal gegen mich spielen wollt könnt ihr das gerne unten in die kommentare schreiben mit nintendo dann führe ich euch hinzu dann können wir da auf jeden fall auch mal ein part aufnehmen oder so wir machen jetzt hier best of three oder keine ahnung einfach dass die folge eine angenehme länge kriegt dann ersparen wir uns zeit in der ersten runde ist auch voll cool wo wir zum ersten mal angefangen haben zu spielen beide tun link gespielt und alter das war das war wirklich spannend ich habe ja auch kurz überlegt tun link zu nehmen tun den gestern charakter den ich nach und nach so ein bisschen lernen möchte weil den ja wohl relativ oft spielt und ich den dann auch relativ cool finde aber ich glaube fast mit tun link keine stunden bei mir gegen joshi gewinnen warum auf tun link nicht klare muss sagen er hat ihn im ball gemeint ja meine meine drei wochen brawl karriere das ist seine legendäre drei wochen brawl karriere ja ja wer kennt sie nicht ich bin ja früher auf die idee gekommen brawl zu spielen hier mit er sieht's bombe joshi angst das lustige ist mit tun link wenn du ihn einmal den gegner in der combo hast dann drückst du so viel schaden du kannst mal ein ei mit der arbeit machen das ist gut zu wissen das war glaube ich nicht die a das war der boomerang die er nach unten oder ja kann der schild durchbrechen ja das war nicht mein schild das war ja mein roll also das rollei ja ich habe keine ahnung von joshi ich habe joshi noch nie gespielt oh fuck ich hätte gedacht du fangst hier später mit diesem das war ein fehler aber er wurde nicht bestraft das war schlecht von mir ja schon langsam komme ich auch hier wieder drauf klar das war mal wieder richtig schlecht von mir Alter. Ich hab mich einfach selbst mit der Bombe getroffen. Ach. Also, man merkt, ich spiel verdammt bombenlastig. Du spielst bombastisch. Geh mal. Steigen. Ich treff das hier. Aus irgendeinem Grund treff ich in Smash Bros. U. Oh Gott, was ist denn da los? Die Dings, die Attacke nach oben, was eigentlich die Rettungsattacke ist, treff ich einfach nie. Oh fuck. Oh fuck. Oh. Ja, natürlich. Ich bin auch gestorben. Ich weiß zwar nicht, warum. Hast du vier Leben eingestellt? Ja. Achso. Ich hab jetzt gedacht, es hat mir keins abgezogen. Alter, das war jetzt... Ja, Nintendo-Server. Doch normal. Klopft, klopft. Deine Mutter... Wir machen einfach gleichzeitig unsere Runter-Appsacken. Ah. Ah, fuck. Ah, fuck. Das war schlecht von mir. Da war ich zu gierig und wurde sofort besprochen. Jetzt hast du grad wieder meinen Links nicht angenommen. Ich bin Gamecube-Controller immer noch nicht ganz so gewohnt, weil er wirklich sehr fest die Tasten drücken muss. Ich hab das mit dem Gamecube-Controller irgendwie verschlafen. Ja, aber ich glaub, die werden jetzt wieder hergestellt. Ich bin mir aber grad gar nicht so sicher. Ja, hergestellt werden sie, aber sie kommen nicht mit dem Herstellen nicht nach. Gut, dass ich mir direkt, wo es rauskam, direkt das Bundle gekauft hab. Also Spiel und Gamecube-Controller. Für insgesamt 60 Euro. Das heißt, Gamecube für 10 Euro. Der aktuell 80 kostet. Ich hab jetzt auf Amazon 50 Euro. Oh, jetzt hab ich geschlafen. Das Reden ist zu schlimm. Brauch zu reden, Patrick. Tut mir leid, dass ich ein Letzt-Player aufnehme. Tut mir leid. Ich würde ja jetzt sagen, als wir nicht geredet haben, war ich besser. Aber das stimmt nicht. Oh, damn it. Nein! Nein! Da gab es irgend so ein behindertes Lied von so einer Kinderband in Österreich. Und irgendwie muss ich immer daran denken. Wie hieß die? Die gab es nicht nur in Österreich, mein Freund. Ich war auf einem Konzert von denen mal. Oh, Alter, what the fuck? Das war hier im Xynodom in Ulm. Und da hab ich mir noch Autogramme geholt. Und dann haben wir die wilden Kerle 4 noch im Kino angeguckt. Da waren wir aber beide noch nicht alt. Hier, du mit deinen... Ja, zwei Jahren älter als ich. War, glaub ich, 10, wenn überhaupt. Ja. Das war ungefähr, da war ich so alt wie meine Schwester jetzt. Wie alt ist deine Schwester? Moin. Ach, deine süße Schwester, wenn es immer in TS... Äh, in TS, ja. Wenn es immer ins Zimmer kommt und du dann sagst, Gute Nacht, Hanna. Und die ist so putzig. Ich will sie vergewaltigen. Äh, was? Ich hab nichts gesagt. Und ich hab deine imaginäre Freundin gekriegt. Ich hab jetzt ganz schnell zu Johanna noch was hinzugefickt, weil Jürgens Freundin heißt Johanna. Wer ist die Freundin heißt Johanna? Äh, Jürgen. Ah, fuck. Ah, fuck. Mich regt's oft, dass die einer unten hat, dass jemand ein Schild durchbricht. Das find ich ein bisschen unfair. Tonlink ist nicht unfair. Sag doch keine unfairen Bombenmohlerdruck. Ich krieg voll die Krise, ich treff bei nix. Oh. Ich hab noch kein einziges Mal in diesem Kampf gegrabt. Es wär Zeit. Fuck. Das wär zu episch gewesen. Oh, fuck. Ich hab, ich hätte wirklich gedacht, das trifft jetzt. Nein, warum bleib ich denn einfach stehen? Komm runter. Komm runter. Komm runter. Ich bin zu langsam, um die Schmetterattacke mit der Bombe abzuwehren. Alter, als ob, als ob das getroffen hätte. Pff, na. Alter, ihr noch sein Ei rausholt. Ja, gut. Gut hast du das gemacht mit deinem Ei. Ich wollte eigentlich noch mal ein Schild machen, aber in der Luft geht es nicht. Erste Runde, 10 Minuten. Läuft. Bommisch. Ziemlich ausgebläht. Ich bin... Was? Du bläht. Ja. Und den... Alter. Alter, meine Hände sind auch... Verschwezt, verschwezt, verschwezt. Ich habe einen Snapchat. Das erfreut mich. Habe ich die Anstellung richtig? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ja. Ich glaube, ich ziehe mich mal aus. Oh, ich ziehe mein Hemd aus. Oh, Striptease live im Internet. Hör auf zu fetten. Alter. So, jetzt überlegen wir mal, was spielen wir denn? Ich finde das irgendwie total uninteressant, wenn man zweimal das gleiche spielt. Finde ich auch. Pac-Man. Wir brauchen alles für Hör. Eigentlich sollte ich warten, bis du dann schon ausgewählt hast, aber... Egal. Champignons. Wissen wir eigentlich Omega Stages nehmen? Ich habe jetzt nämlich keine Omega Stages genommen. Ach, passt schon. Passt schon, mein Schatz. Passt schon. Hier, als sie damals die... Als damals das so in war, Pac-Man zu rebooten und hier für alle Geräte Pac-Man-Spiele anzubieten, da war ich einfach nur total... Ich hatte da eine Frucht? Den kannst du aufnehmen. Cool. Ich habe eine 20er-Pay-Safe bekommen, damit ich sage, aber gut. Ich kann gerade kein Geld sein, weil ich für mein Auto... für mein Auto Geld auf dem Konto haben muss, weil da kommt diese Woche, diesen Monat die erste Versicherung weg und die Kfz-Steuer. Ja, ich habe ein Auto. Hey, cool. Ich habe nur Führerschein. Hm? Ich habe nur Führerschein. Noob. Wann kommst du euch mal zu mir? Ich bin 17 und habe einen Führerschein, okay? Nichts Noob da. Mein Kumpel hat ja auch... Jürgen hat ja auch mal 17 im Führerschein. Das ist nichts Besonderes. Ne, einen richtigen Führerschein. Ohne Begleitung. Ja, ich bin in Österreich. Ich bin so toll, Mama. Ja, ist schon klar, dass man in Österreich mit Begleitung ab 15,5 fahren darf. Ja, ich weiß. Hast du schon mal erzählt? Da war der Bildschirm. Fuck. Stierb einfach. Mein Hydrant. Ja. Just in a pass. Alter! Der Hydrant auf du. RIP. Nein. Vorher hatten wir Silvus und Samus gegen Schulk und... Ja gut. Hab ich... Nein, nein, nicht Schulk. Warte. Jetzt hab ich's. Warte. Ich finde es irgendwie schade, dass Pac-Man hier keine so starke... Ah, Hydrant of Doom! Nein! Dammit! Ich mache jetzt einfach die ganze Zeit nur noch den. Okay? Bump. Ich mache jetzt nichts anderes mehr. Junge, wenn du willst, dass du mich zur Weißglut treibst... Bump. Bump. Ah, fuck. Das war jetzt so richtig behindert von mir. Alter! Ich bin Pac-Man, ich habe einen Hydrant, Mama. Ah, fuck. Blöd, dass ich dazu lerne. Nee. So. Halt, mein Handy hat gerade vibriert. Warte, bitte. Nee, ein Freund hat eine Frage auf Facebook. Das ist nicht wichtig. Was machst du da oben? Nein, Handy hat doch einfach... Stirb doch einfach! Nein, nicht Schild! Okay, warte kurz, bitte. Nee. Das war ich zwar auch nicht, aber gut. Du wartest auch nicht, wenn ich hier meine... Mein Obst aufladen will. Alter, das ist so derbe, wie viel Schaden schuld macht. Ja, out! Halt, nein! Immer, wenn du üben willst, Patrick. Immer, da macht er den Hydranten. Da hab ich gesagt, immer. Ja, aber... In 88,74... 70,84,3 Prozent. Fuck. Nein, ich mach's nur, wenn du die... Wenn du die behinderte Attacke auflegst. Oh. Oh, dammit. Okay, das war... Da war ich zu gierig. Hi, Patrick. Ciao, Patrick. Ja, tschüss. Alter, du hast dich eigentlich gedacht, dass der mich dreht. Ernsthaft? E-U-Tschüss. Warte, ich hab einfach ein Leben weniger... Ich kann Pac-Man nicht. Der Teil ist hier nicht so... Nicht so hydrantenfreundlich. Halt, Hydrant kommt. Und Pac-Man dazu. Du magst den Hydranten, kann das sein? Ich... Ich liebe Hydranten, ich bin ein Hund. Ich bin klimmer dagegen. Oder ich bin wie der Minion. Stopp jetzt! Der immer die Hydranten anbaggert. Kennst du den... Hast du den Trailer zu... Die Minions gesehen? Nein. Doch. Ein bisschen. Da, wo der Typ den Hydranten anbaggert. Ich glaube nicht. Aber ich find's gut, dass ihr es in eigenem Film bekommen. Ich hab zwar keinen einzigen Teil von und ich einfach umverbesserlich gesehen. Aber die Minions sind trotzdem cool. Auch wenn ihr den Film nicht gesehen hast. Du kennst die Minions. Du kommst nicht dran vorbei, dass du die kennst. Och komm, das war schwach, Simon. Simon! Ungespielt! Fuck, ich hätte es so gehofft. Der trifft dich. Einfach, weil du gerade zu Simon... Oh, 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 war das knapp. Näääääää. Lecker. Also, ich bin's nicht. Ich hab grad keinen Upload an. Doch, aber in der Aufnahme. Das kostet aber kein Internet. Doch. Nein. Ab 2015 schon. Ach so. Ah, ja. Au, das war's. Doch nicht mehr. Nein, Hydrant auf Doom. Hydrant am Kopf. Hydrant im Po, Mexiko. Stürb jetzt. Kamehame. There you go, bitch. Ich wär ja stark dafür, dass du das jetzt schon hochlädst. Und dann so ein Vorher-Nachher-Vergleich machst. Wirklich im Februar. Ja. So, jetzt bräuchte ich eigentlich noch ein Ass im Ärmel. Wenn du möchtest, kann ich es am Donnerstag hochladen. Yeah. Oh, unprofessionelle Sinderaufnahme-Röpsen. Schau dir mich schämen. Schneid's raus. Nee. Schneid's raus. Beschneid's. So. Jetzt bräuchte ich nur noch ein Ass im Ärmel. Hm. Ich war das bis erst an Charakter ausgewertet, weil ich kann es ja hören. Oh, ich weiß es. Hast du es gehört jetzt? Nee. Okay. Ich wusste ewigkeitenlang nicht, was die Omega-Version einer Stage ist. Wirklich, Heavy. Wirklich. Ich habe auch einen in vorne. Wirklich, Simon, Unge. Wirklich. Halt die Fresse. Übrigens, ich habe gehört, was du genommen hast. Ich habe extra den Sound von meiner Wii gemutet, damit ich es hören kann. Du hast total gehört, was ich... Was? Ich habe gedacht, du bist ein Fit Trainerin. Nein, er kann tunlich besser als ich. Ich schwöre, er kann tunlich besser als ich. Ich weiß, dass du die Fit Trainerin gehört hast. Ich habe mich getrollt, aber ich habe es irgendwie ein Gefühl gehabt. Ich werde es niemals gewinnen, Leute. Oh, fuck. Oh, fuck. Das war ganz schlecht. Leck! Nein. Lecker. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Leck. Das lag am Leck. Alter! Ja, komm ja noch langsamer runter, Tumling. Boah, Alter. Jetzt ist es gerade so richtig übel. Hä, warum habe ich dich jetzt nicht getroffen? Ich sehe nichts mehr. Oh, Alter, da hat das noch den Lack. Oh. Ha! 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 Es war dumm, von mir da ranzuren. Ich habe gerade, der abste... Ah! Frame, frame, hallo! Hallo, Frame! Wo ist Frame? Frame, ich nicht da. Frame, Frame? Du weißt, welchen Frame ich meine, oder? Ja, sicher. Ich weiß, wer Frame ist. Den habe ich sogar einmal gezockt. Oder? Nee. Also doch, einmal LOL. Ich habe mit dem so Cash und Minecraft aufgenommen. Ich habe mit dem LOL aufgenommen. Echt? Ja. Haben die Folge jemals online bei dir? Da war ich Level 15 oder so. Gott, ist das lange her. Kannst du mal aufhören, dauernd das zu machen? Kannst du mal aufhören, dauernd das zu machen? Ich habe es gerade einmal gemacht. Ich habe so gehofft, es geht sich laut. Nein, da kommt die Bombe runter. Nein! Wie? Ich hatte sie noch. Ich habe gedacht, ich hätte sie... Ja, die kann nur eine bestimmte Zeit lang... Komm her! Bestimmt jetzt! Der Kaiser heilt dich. Achso! New Meter! Du kannst die Gegner heilen! Ah, ich wollte dich noch in die Bombe schubsen. Ah, dann bleib zu langsam. Für langsam hast du ihn aber auch raus, ne? Warum habe ich mich jetzt selbst mit der Scheiß-Bombe getroffen? Alter! What the fuck? Der Moment, wenn man sich gegenseitig trifft. Due to lag. Oh! Fuck. Ich habe doch A getroffen. Das ist richtig. Wie habe ich dich jetzt getroffen? Ja! Was? 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 Was ist passiert? Nintendo. Report Nintendo. Report Nintendo for feeding. Hä? Habe ich dich jetzt? Oh, du mich. Aber das war jetzt für dich. Ich kriege ja gerade nicht so ganz mit, was los ist. Aber wenigstens hast du nicht auch den Grünen genommen. Nein, das war jetzt mein Tod. Nein, war es nicht. Das waren gerade Le Plays mit Bumerang. Alter, was? Was ist hier los? Ja, ich habe Streams von einem relativ guten Toodling-Spieler gesehen. Und da habe ich ein bisschen was gelernt. Volo, ich grüße dich an der Stelle. Mein lieber Volo, mein euer Lieblings-Youtuber. Kennst du den? Nö. Wollen wir ihn mal zeigen. Das ist echt cool. Ah, ich stirb doch. Oh, gut gesucht. Brüschi, Brüschi. Nein, ich bin hier nicht. Loll. Äh. Alter, warum hat die Scheiß? Weil ich cool bin. Attacke nicht getriggert. Nee, ich drück so fort, und mach's nix. Ich hab so Probleme mit dem Classic Controller. Hier, äh, wenn ich nach unten drücke, drück ich meistens so einen Tick auf die Seite. Ich wollte eigentlich die Bombe werfen, aber gut, dann halt nicht. Nicht. Ich bin hier nicht. Okay. Alter, holy shit. Alter, ich mach grad so hart. Sorry, wenn wir auch grad überhaupt nichts sagen, aber... So wie jeder Smash-Ah, Let's-Player. Ein bisschen den Bogen spammen, tut immer gut. Nicht bei Link, das bringt nichts. Das einzige Projektil, was das bringt bei Link, ist der Boomerang. Alter. Nein. Hier ist auch noch Block, alles. Ja, oh fuck, das war jetzt... Okay. Ich hätt so gehofft, das trifft. Boomerang fangen, wäre vielleicht noch gut. Könnte man machen, muss man aber nicht. Alter, als ob... Als ob was? Das nicht getroffen hat. Was denn? Und die Frame-Rage. Geht bei dir die Frame-Rage? Ich glaub nicht. Vielleicht sollte ich meine Wii U... Muss man die Wii U irgendwo offen hinstellen? Das sind... Läuft die... Läuft die manchmal Gefahr, heiß zu werden? Keine Ahnung, meine ich will auf der Heizung, aber die Heizung ist schon seit zwei Jahren aus. Obwohl, neben dem Letzt habe ich sie einmal angemacht, weil mein PC bei der Reparatur war. Alter, das war ein Fight. Die Folge ging jetzt einfach eine halbe Stunde. Aber GG, Alter. Rematch. Ja, Rematch. Rematch in der nächsten Folge am Samstag. Wenn ihr euch eine Folge gefallen habt, würden wir uns über einen Daumen nach oben, ohne Kommentar auf jeden Fall sehr freuen. Link zur ersten Folge von Smash und zur Smash U-Playlist und zur Smash-Brattle-Playlist unten in der Beschreibung. Äh, jo, sonst gibt's eigentlich nicht mehr zu sagen. Alles durchmiddeln sieht sich auch in der Beschreibung. Und jo, dann... Tschüss! Du musst es auch gesessen. Der K全 ist μια lieblich.